ein vorgehen allein kriegt das niemals hin war es das jetzt endlich ok jetzt gehen alle auf vorgrimm los und ab dann ist es unmöglich also der kampf ist schwer also der ist jetzt echt echt schwer der kampf um Das war wieder zu schnell. Das war wieder zu schnell. Das war wieder zu schnell. Okay, ich muss mich jetzt gerade ein bisschen konzentrieren. Das war wieder zu schnell. Okay, klar, das ist ausgefallen. Es darf nicht so früh einer sterben. Und ich muss ihn, glaube ich, am Schluss mal ausreden lassen, dass ich ihn auch gleich angreifen kann, weil wenn ich den Text so sehr überspringe, dann ist er erstmal noch nicht angreifbar, der Kerl. Und ich muss den als erstes wegkriegen, bevor die ersten Untoten spawnen. So, ich glaube, wir müssen warten, bis sie durch ist. Jawohl, jetzt können wir ihn angreifen. Und ihn ganz schnell wegmachen, bevor die ersten Skelette kommen. So, damit haben wir den Schlimmeren weg. Jetzt kommt die Horde, die weg muss. So, ein nach dem anderen ganz schnell weg. Lädis, Trank. Vorkrim, Trank. Das ist Feuerball. Also Feuerstrahl, kein Feuerball. Gewendala, zauberneuen Begleiter herbei. Hm, Heiltrank. Gewendala, auch ein Heiltrank. Gewendala, neuer Bär. Gewendala, neuer Bär. Vorkrim, noch ein Ausdauertrank. Und Waffenbaffen. Und das war Kleddys mal wieder. Einfach so weggebolzt. Ich spreche für Zanjasa Feigra. Ich spreche für Zanjasa Feigra. Ja, ja, ja! Alle auf einen konzentrieren. Neuer Bär. Wieder alle auf einen. Klingenwand eine neue, Hammerschlag. Ich glaube, diesmal schaffen wir es. Auch wenn Gladys wieder auf dem Boden liegt. Das Problem war nicht die Masse der Skelette, sondern wie schnell die kommen. Und ja, die Statuette. Jetzt müssen wir aber erstmal warten, bis Gladys wieder aufsteht. Dann müssen wir Gladys verarzten und heilen. Und einen Quicksafe machen, bevor wir durch das Portal gehen. Oh Gott, ey. Umland von Ferdog. Das Sehenritual. Durchschreite das Tor. Leider hat mich das Tor nicht zum gewünschten Ziel geführt. Ich habe das Tor durchschritten, durch das Darion-Time verschwunden ist. Allerdings scheint irgendetwas dabei schiefgelaufen zu sein. Das hat mich offensichtlich nicht zum Scheinkreis in den Blutbergen geführt, wie ich angenommen hatte. Da sollte ich mich dorthin auf den Weg machen. Wildschweinchen? Wer bist denn du? Hm, wie? Oh, Sanyabar, Feida, Asenibia-Firn-Ufer. Du suchst sicher Erlkoron. Du findest ihn am Flussufer. Äh, okay. Schattenreiter. Hier sind definitiv... ...ilfen unterwegs. Hm. Erlkoron, okay. Wo finde ich diesen Erlkoron? Würstentum Kosch. Also, ich will hier noch nicht weg, wenn es hier was gibt. Also, hier sind ja nicht umsonst Elfen. Erlkoron und Schattenblatt, okay. Sanyabar, Feida, Arvion, Schattenblatt. Bitte sprich erst mit Elkoron. Okay. Sanyabar, Oro Burinoi, Feida, Elkoron. Wie interessant, einmal mit einem Bartmummler zu sprechen. Willkommen. Sag gegrüßt, Mumferratosch. Ich bin Renuia. Darf ich fragen, was dich zu uns geführt hat? Nun, eigentlich war ich gar nicht auf der Suche nach euch. Ich habe in Fernung ein magisches Turm durchquert, um einen Verbrecher zu verfolgen. Bin hier herausgekommen. Ihr habt nicht zufällig einen eiäugigen Mann gesehen? Nein. Hier wirst du außer uns, Feige, niemanden antreffen. Dann hat mich das Tor wohl an einen anderen Ort gebracht. Kannst du mir sagen, wo wir hier sind? Wir sind hier in der Nähe des Ortes, den die Menschen Ferdoc nennen. Dann weißt du sicher auch, wie ich am besten dorthin komme. Darf ich fragen, was euch hierher geführt hat? Wir sind auf dem Weg nach Ferdoc. Dort lebt ein Fae mit dem Namen Loreline. Obwohl er schon lange unter den Menschen lebt, ist er dennoch nicht dem Bardock verfallen. Zu ihm wollen wir. Vielleicht könntest du uns einen Gefallen erweisen. Möglicherweise ist dir bekannt, dass wir Elfen die Ansiedlungen der Menschen nicht gern betreten. Zu groß scheint uns die Gefahr, Bardock zu werden. Wir haben hier ein Paket mit Elfenbausch für Loreline. Würdest du es ihm bringen? Aber natürlich, ich muss ohnehin noch einmal nach Ferdoc. Andin, Erin, hier hast du das Paket. Bitte richte Loreline aus, dass er uns in diesem Wald findet. Wir würden uns freuen, wenn er uns besuchen käme, bevor wir zurückkehren. Das werde ich machen. Ich bin sicher, dass er sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen wird. Bevor du uns verlässt, möchtest du vielleicht an unserem Wissen teilhaben oder etwas mit uns tauschen. Ja, lass mich an deinem Wissen teilhaben. Eises Kälte Kämpferherz? Oh. Das ist immer nett, aber... Rüstungsschutz und Selbstbeherrschung werden erhöht und Schaden ignoriert. Seidenzunge Elfenwort. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Daxelaratus kann Gladys schon. Sollen wir auch mal benutzen. Herr über das Tierreich brauchen wir auch nicht. Ich habe es mir anders überlegt. Ich möchte doch nicht tauschen. Ich muss aufbrechen. Okay. Was haben die anderen jetzt zu sagen? Sanyaba, sehe ich da eine Frage in deinen Augen?